Das letzte Mal hat wieder eine Knapp und dann, ja, aber die muss schon viel gesagt sein, aber dann, das war noch eine. Anja ist gestartet, bereichst du 1, er hat der Sprung in was C, die ist ganz auf den Fluss, überwunden ebenso der 2er, das geht an den Rücken aus, das ist ein Festziel, vor dem Anritt nahe, hier überwunden, jedoch auch hier nicht so ganz über den Rücken gesprungen und festgehalten. Spannung, die Sprung, hier bin der суп zum Verbum von 5ける Pferedevereig, die kunde immer wieder in slappert theности. Auch hier möchte ich etwas mehr Fluss zum Sprung nehmen, doch immer wieder noch klein, klein. Das Ganze könnte so etwas mehr von der Reiterin zum Sprung nehmen, durch die Treibenden Einträgungen. Für die Steckhilfe, Frau Döschmann-Wertin, hier zieht es sich eben durch wie ein roter Faden. Ganz, ganz, immer wieder ein roter Faden, hier 9,5 beim Faden, steckt das Werk hier ab. Und dann kommt es nämlich die Pauschena heraus, weil es so ein roter Faden ist. Und das war der dritte Besuch, der ist gescheitert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.